Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Level, wo wir wieder anschalten bei Jurassic World 5.1, Level 4. So, wir müssen schauen, dass wir vorne sind. So. Ja, das war ja klar. Ja, haben wir noch geschafft. Ja, eine Chance haben wir noch. So, ein Minikit haben wir geschafft. Das andere Minikit müsste doch mal neu starten. Wow. Ein Minikit. zurückkehren dann wieder freies spiel noch mal die jagd so dann müssen wir so mittig bleiben ist etwas neues sie da unten nach das besucherzentrum liegt anderthalb kilometer so da müssen dann auch bringen das jetzt perfekt jetzt haben wir das zeit das ist bei den laufleveln immer wegen das alles erwischt oder dahin kommt oder der andere charakter ist praktischer durch den dauer zum beispiel diese schilder und ja da muss man halt immer ein bisschen darauf achten so das können wir überspringen so da diese dinge müssen wir nämlich auch abschießen bisschen stadt sammeln natürlich dann auch die scheiße greifen so da haben wir schon mal die zweite von vier da könnte man speichern wo wir aber nicht tun werden dann haben wir da was aufzubrechen wir sind schauen ist ein mini geht so so wenn wir mal die stadt da ein ich weiß dann das müssen wir machen so ich habe auch noch was gesehen und zwar da oben dann müssen wir da das einsammeln da sind auch die schlüsse jetzt nehmen wir und machen da den tor auf so so und da sehen wir auch was da müssen mit so einem elektro schocker das aufmachen und dann kommt schon ein nächstes minikus unser vierter wann mache ich wechsel mal den controller dauert nicht lange schübchen aufmachen anderen controller raus anmelden ja okay hat zwei striche so so aber wir haben trotzdem noch fleißig stadt denn wir brauchen ja glaube ich eine halbe oder zwei millionen so da sind wir für kleine person das fünfte mini geht und irgendwie habe ich das gefühl dass wir irgendwas vergessen haben da war eins da war eins eine eine okay ja ok dann habe ich mich vielleicht nur verdauen aber sicher ist immer sicher auch da ist wieder ein schöner plan start werden wir aufnehmen haben wir da etwas vergessen und aus dem fall nicht ha ha i see shit fuck got it oh got it is this good team oh so da können wir da so eine luke bauen dann müsst ihr den kleinen wechseln da hat er ganz nicht auch wenn er kleine ist so genug dann brauchen wir den da so haben den ersten so dann ist er da hoch so und dann da hoch und dann da hoch so dann haben wir da unser nächstes mini geht oben ist nichts das war dann unser siebter da bleibt noch etwas wo wir vielleicht wissen sollten vielleicht ist dann noch irgendwann zeit ist das scheinbar nicht dann brauchen wir den kleinen ein kleiner das ist nichts dann brauchen wir das haben zu spät ja werden wir sehen ob wir dann alles haben ja ich schätze mal die drei mini geht es werden im letzten ab sein so wie es versinkt da oben ist ein nest 1 und 4 dann müssen wir da was suchen dann können wir da rüber klettern das ist ja ich will schon was ich mein das ist ja ich will da mal die pflanze das auch nachkommen könnte da hätte ich auch empfehlen das immer zu machen so wie wir sehen wir haben jetzt schon 118.000 ok dann gefahrt erst gegen lappter dann haben wir den schon mal weg so zwei von vier dann haben wir den rumschauen da ist aber auch nix so nix aber da oben ist was für uns interessant aber schaut nicht da rüber so drei von vier so dann können wir mal da rüber da ist das vierte ja genau du gehst genau in mannweg rein das ist sehr schlau so da ist dann das vierte das achte ja vierte nest dann war man das mal zusammen Hier ist er doch Okay. Okay. . Oh, 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 oh. Ich weiß, dass er eigentlich in der Mitte ist. Aber vielleicht irgendwann Minik geht es irgendwie. Oh, dann nicht ins Fliechen. Ich bin mir irgendwie nicht so sicher, ob das irgendwie damit zu tun hat. Aber das war das Ende ist. Laufen Sie, ich habe ihn im Visier. Ja, muss das doch kommen. Das wissen wir halt nochmal. Oh, was soll da jetzt noch ein Minik jetzt sein? Werden wir ja sehen, dann im Menü, wo wir Minikit vergessen haben. Also, da haben wir alle zwei. Da haben wir ein, dazu ein wenig. Ja, okay. Dann halt nochmal. Willst du etwas Neues? Sieh da oben. So, und zwar, da wo, da praktischer Stumpfschalter ist oder der Schluss ist. Dann hat ein Haufen praktisch. Wo man ja dann Tests anbaut. Wo man doch dann mit dem Zwatschgerer durchgehen muss. Und, ähm, dann da runter springt. Was das jetzt kaputt macht. Dann da so hoch. Die mit dem Scheitern ist jetzt nicht. Die haben wir schon bereits. Dann da so hoch. Das dann nach rechts rüber. Und da wieder ganz nach rechts. So. Und da haben wir unser neuntes Minikit. Das soll wir vergessen haben. Dann müssen wir da hinschießen. Dann bauen wir das mal aus. Knapp. Das weiß dann auch. Das darfst du nicht so fähig. Keine Ahnung. So. Dann überspringen wir da. So. Und. In diesem Abschnitt haben wir auch ein Minikit vergessen. Da ist es ganz leicht eigentlich. Wenn man sich. Ähm. eine Info Moikos gemacht hat. So. Dann bauen wir sie. unter gießen so dann darüber darüber aber einfach ein schnelldurchlauf okay wir müssen erst den besiegen war da unten da ist das andere auch und da brauchen wir den besser wieder felociraptor da findet er es dann dann müssen wir da putteln und da ist das film der mini geht jetzt haben wir zehn von zehn gern schon haben wir speichern und verlassen haben wir Dann die letzten zwei Minigids. Dann kriegen wir da noch dafür statt, die Minigids. Und dann haben wir das auch. So. Dann bis zur nächsten Folge. Dann bis zur nächsten Folge.